So, guten Morgen, hallo liebe SWN-Zuschauer. Also heute bin ich immer unterwegs nach Werneck und zwar geht es heute darum, ich werde mal einen Film machen von einem Zuschauer, der hat mich angeschrieben und wir machen mal einen Film heute über seinen Spargelstand. Und jetzt habe ich Probleme gehabt, ich habe mein Grillen vergessen, naja, aber werde ich schon schaffen. Und wird mit Sicherheit ein schöner Film, schaut euch den Film an und jetzt fahren wir mal nach Werneck. Wunderschönes Wetter heute und da kann man schon mal, es ist noch kalt muss ich sagen, ist noch frisch, aber ich habe mir trotzdem mal kurzärmlich angezogen, weil irgendwann muss ja mal Schluss sein mit dem langärmlichen Zeug. So und jetzt fahren wir mal nach Werneck, wie gesagt. Ich bin ja immer froh, wenn mir Zuschauer mal eine Mail schreiben oder so oder Nachricht schreiben und uns Anregungen geben. Ja, ist eine wunderschöne Sache und was wir machen können, werden wir natürlich auch umsetzen. Es ist natürlich nicht immer ganz einfach, nicht immer ganz leicht, weil da ist auch ein Vorschlag gekommen, die fünf schönsten Straßen in Schweinfurt. Da tue ich mir natürlich etwas schwer, weil eigentlich finde ich keine Straße in Schweinfurt irgendwie schön. Ich könnte da eine Reihenfolge machen, für mich sind es alle gleich. Oder die fünf schönsten Parks in Schweinfurt, da habe ich auch ein Problem, weil ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt fünf Parks? Und wenn, ja gut, da können wir, wenn der etwas macht, aber ja, denke ich nochmal darüber nach. Dann kommen natürlich auch immer ganz spezielle Vorschläge für Gaststätten, wo wir besuchen sollen. Das machen wir natürlich ganz klar, wenn also Gaststätten dabei sind, die uns auch unseren Geschmack entsprechen oder vielleicht reinpassen, dann besuchen wir die auch mal inkognito und gehen da mal rein, überfallen die mal und schauen mal, was die zu bieten haben. Und ja, also da könnt ihr euch dann immer auf die Beiträge freuen. Also, wir gehen schon auf die Sachen ein, die ihr uns schickt, sobald wie es halt möglich ist. Manches, manches geht halt einfach nicht oder, ja, oder haben wir einfach gepockt dazu, ne. Passiert natürlich auch, gell, dass mir einfach, oder ich, ich vielmehr, dass ich einfach mal gepockt hab, ne, für irgendetwas, ne. Ich hab auch manchmal schlechte Tauche, gell. So, jetzt haben wir da mal rot. Aber, was soll's. Ich finde, es wird 2023, ist also bis jetzt ein schönes Jahr. Wir haben viele schöne Sachen schon gemacht, also ich filme. Und ich bin immer ganz froh, wenn ich so schöne Filmchen machen kann, mit interessanten Themen und so weiter. Oh, es ist gar nicht so viel los hier. Jetzt schauen wir mal, wie sich dann Wernig aussieht. Mensch, ich muss meine Augen immer zu spicken, weil ich bin da sicher bei einer Lichtempfindlichkeit an den Augen. Ich hab mal mehr Empfindlichkeit auf der Augen wegen ein Licht, als statt mit der Seeweite. Aber, naja, was soll's. Ich werd's überleben. Gestern war ich ja bei der Polizei, auf dem Schillerplatz. War auch ne schöne Aktion. Und danach dann, beim Thomas, ein Eisgessner, in Eis geliebt, am Schillerplatz. Der kennt ja schon die Werbung, wo immer von da dran ist. Übrigens gibt's in Zukunft also auch Fanartikel bei SWN-TV. Nachdem ja viele immer nachfragen nach Fanartikel. Und wir haben das die ganze Jahre, hab ich das ja nicht gemacht, da haben wir keine Fanartikel gehabt. Aber in Zukunft wird's also auch Mützen geben, T-Shirts und eventuell Tassen. Und im Herbst gibt's dann den SWN-TV-Kalender. Weil das könnt ihr euch schon mal vormerken. Es wird also auch einen SWN-TV-Fanshop geben. Nachdem wir aber so viele Menschen nachfragen, warum wir nicht einen Fanartikel haben, unseren Fanshop, werden wir das jetzt tun. Wir kommen natürlich eure Wünschen immer nach. Und es freut mich ja auch, wenn ihr euch beteiligt, wenn ihr mitmacht. Soll ja auch mal. Es ist ja Vorschläge schon gekommen, mal ein Fan festzumachen. Wo die Fans sich von SWN-TV treffen. Irgendwo. Da hatte ich halt bis jetzt immer die Angst, dass ich dann ganz allein dort stehe. Oder ganz allein in den Garten, in den Garten, in den Biergarten sitzen oder so. Und kein Mensch kommt. Aber die Angst haben sie gesagt, brauche ich nicht zusammen. Es werden schon zwei, drei kommen. Wie steht ihr dazu, zu so einem Fanfest? Könnt ihr eure Meinung sagen? Das ist doch so, so ein Zeug brauchen wir nicht. Na ja. Na gut. Ich gehe nur auf die Wünsche unserer Zuschauer ein, wo immer wieder diese Fragen kommen. Warum macht ihr das nicht? Oder warum machst du das nicht? Also wie gesagt, der Fanshop kommt auf jeden Fall jetzt. Kann sein, dass es noch eine Woche oder 14 lang dauert, bis der Fanshop offen ist. Aber ihr könnt es kennen, wenn ihr also so ein T-Shirt haben wollt, oder eine Mütze über E-Mail bei mir schon bestellen. Die gibt es also schon. Und ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, mit eurer Größenangabe und eurer Adresse und so weiter. Und ich sage euch dann auch die Sachen, was ihr wissen müsst dazu. Auf die Info at sw-n.de Ich wiederhole. Info at sw-n.de Auf diese E-Mail-Adresse, wenn ihr schreibt, wenn ihr da irgendwas haben wollt, dann könnt ihr das bestellen. Und dann später, also wie gesagt, in 14 Tagen eventuell, also dann auch im Fanshop. Ihr könnt es dann ansehen. Die Mützen sind also rot, mit einem Emblempfanner drauf, sw-n.tv Die T-Shirt sind dann drauf, fanglub oder sw-n.tv fanglub. Und sie sehen ganz schön aus. Also ich finde, sie sind gut geworden. Also das mal zu den Fanartikeln. Mit dem Fanfest weiß ich nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Aber vielleicht kann man sich da mal irgendwo in einem Biergarten treffen oder irgendwie mal eine Musik einladen und ein wenig Musik machen. Aber wie gesagt, nur wenn ihr das auch wollt. Und wenn da also genug Interesse da ist. Wenn also ich alleine da stehe und habe jemanden, der Musik macht. Das ist ja nicht so das Gelbe vom Ei. Oder vielleicht ist da jemand von euch da, der Musik spielen kann und sagt, ey, dann würde ich mitmachen. Spiele. Spiele. Dann wäre das natürlich auch eine Sache. Aber ich bin ja froh, wenn immer solche Gedanken kommen, solche Ideen kommen. Kann man ja alles machen. Das kommt auch ein Film vom Rüdiger. Der Rüdiger war ja in Thailand jetzt, 14 Tage lang. Und hat da drüben Sachen erledigt. Und er hat uns einen schönen Film aus Thailand mitgebracht. Der, wenn der demnächst auch kommt. Und SWN TV in Thailand. Man freut euch auf den Film. Der wird mit Sicherheit auch sehr schön werden. So, jetzt bin ich also gleich da. In Werneck. An dem, jetzt wollte ich jetzt auch Schaschlik-Stand. Du, also klebstest du. Langsam werde ich auch, du. Nein, an den Sparkel-Stand. Wo wir eine Einladung bekommen haben. Und da gehen wir jetzt mal hin, gucken uns mal den Sparkel-Stand an. Da soll da irgendwas sein. Schauen wir doch mal. Also jetzt sehe ich da noch nichts. Ach, da unten ist es so. Okay, also ich verabschiede mich. Einen schönen Tag euch noch.